so liebe leute herzlich willkommen wieder zurück zu let's play dirt 4 machen heute weiter mit dem letzten teil dieses caps und überhaupt würde ich sagen machen wir weiter hält schon mal elf kilometer an also noch mal so lang wie das was wir davor gefahren sind also passt auf jeden fall so dauert wieder kleinen moment dann gibt's los sehr gut ja jetzt müssen wir da mal eine grundlage legen die drei jetzt so hier durchsäckung mittig halten durchsäckung links drei nicht schneiden links drei macht sich immer wieder einfach 60 durchsäckung auf der kehrling stein mittig halten Überpuppe, durch Senke, rechts 3, runter, rechts 6, links 5, überpuppe, rechts 6, Kuppe, in links 6, durch Senke, links 1, Kuppe, nicht schneiden, in rechts 2, lang, in links halten, überpuppe, in rechts 1, lang, wach auf, nicht schneiden, in links 2, Kuppe, 60. In rechts 2, lang, in links halten, überpuppe, in rechts 1, lang, wach auf, in links 2, Kuppe, 60, rechts 3, in links 2, durch Senke, in rechts halten, durch Senke, links 4, überpuppe, rechts 5, links 6, So, jetzt war ein bisschen, boah, ein bisschen Zeit rausholen gerade, die Baustürung rausholen, So, jetzt haben wir 20 Sekunden mittlerweile. Rechts 4, links 4, überpuppe, in links 6, durch Senke, 200, rechts 4, links 1, Welle, Senke, rechts 5, überpuppe, rechts 6, links 6, rechts 5, links 5, überpuppe, da war eine bodenwelle drin die ich nicht gesehen hat das macht aber das hat die dunkelheit im ball vor allen dingen aber gut dass wir noch ein bisschen zeit gut haben das ist das vorletzte rennen nicht nur diese serie auch überhaupt das radio rennen hier ja quatsch weht sind wir mittlerweile durch senken links 4 muss ich jetzt ganz schön wieder raus da aus der ecke kann es keine zeit verlieren alles bleibt weiterhin grün vier minuten aber auch mal so gut die hälfte der gesamte zeit rechts drei links 6 über recommenze rechts fünf 60 durchsinken ist groß genug mittlerweile über eine minute 6 6 ohr alter dann fahre ich wegen der zwei liter gekostet gerade sie sich durch jetzt einfach schlechter sein als auch vorher hatten aber das ist es halt wenn man hier so schnell durchführen wie möglich 6 60 6 6 Links 5, überwenden, Achtung, Kuppe, rechts 1, links 4, links 1, Kuppe, in rechts 2 landen, in links 1, überwenden, in rechts 1, lang, wach auf, in links 2, Kuppe, 150, rechts 4, links 1, Bälle sinken, rechts 5, überwenden, links 5, rechts 6, rechts 5, links 4, in 90 Grad links, links 3, rechts 5, rechts 6, durch 6, rechts 5, rechts 5, rechts 6, durch senke, links 4, überwenden, links 6, durch senke, 150, überwenden, desto城 mit vornum zu fahren, wundert mich, dass ich das so einamos kuppuggib rechts 3, links 2, durch senke, rechts 3, rechtsschngeois, links 4, überwenden. rechts 5, links 5, rechts 4, überwenden, links halbend, durch senke, rechts 2, durch senke, links 3, rechts steil Links 6, offene Kehre links, enthalten, 60 Überbrücke, links 5, rechts 5, überbrücke, nicht steigen, links 6, in offene Kehre rechts, lachen, durchschenken, links 4, rechts 3, in links 2, in links 6, bis ziel. So, dann haben wir das auch geschafft. Dann sind es 1 Minute 37 der Vorsprung. Also einfach mal kurz das Ding gerobt hier. Ja. Gut, dann gehen wir heute in den letzten Teil mit 4,9 Kilometer rein. Das geht jetzt nochmal relativ schnell und dann sind wir durch mit Rates. Das geht jetzt. also kann man reparieren ja das machen wir auf jeden fall auch viel glück dankeschön letzte teil für heute jetzt 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 Rechtschneiden, rechts, 3, Überpuppe, durchsänke, 60, links, 6, Überpuppe, 2, Überpuppe, nicht schneiden, rechts, 5, links, 6, links, 6, rechts, 4, links, 3, mittig halten, Überpuppe, rechts, 4, Überpuppe, nicht schneiden, in links, 2, links, 3, durchsänke, mittig halten, Überpuppe, 60, EBA, self-ver withdrawal, links, Geben, auf der Kriste, rechts, weg. 60, durchsenke, links, 3, Durchsänke, mittig halten, überpuppe, 60, EBA, bitch, rechts, weiter. 60, durchsenke, links, 3, Unde heli da vorne, dent, 6, rechts, links, 3, links, 3, mittig halten, Überpuppe, recht. Denn die steht aber auch eine ganz beschissene Necke. Das ist eine mega beschissene Necke, weil man sieht nichts. Hey, hey, hey. So, das Ding hier noch holen, aber 50 Punkte auf den Gott. So. 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 So.